Hui! Gut gemacht, kleiner Ninja, Mann. Vielleicht ist es aber auch so gedacht. Ein alternativer Weg hat sich in meinem Hirn gerade geöffnet. Und da denkt man sich, wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Im Nachhinein leicht gesagt. Und warum genau ist meine Musik jetzt schon wieder out? Na, ach komm ey. Mann, bitte. Hier noch ein Stück. Ja, gut gemacht. Nein, gar nicht gut gemacht. Okay, okay. Vielleicht wieder einen Schritt zurück gehen, bevor ich hier einen Schritt zu weit gehe und stirbe. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ja, so ist gut, so ist gut. Oh Gott, der hier ist tricky, echt. Das ist richtig tricky. Was macht denn dieses Ah? Das kenne ich doch irgendwoher. I did it, motherfuckers. Kenne ich das? Ah. Ah, natürlich. Oh Gott, ja. Das könnt ihr nicht kennen aus einem... Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Das war so ein CSS-Skin, wo man so Kirbys hatte und die haben dann... Ah, geh mal... Ne, das kann niemand wissen. Und vielleicht macht das Kirby auch so manchmal. Keine Ahnung. Blau hier hat gleich bestimmt geschrien dann. Ah, das kommt von Kirby. Was ist dat denn für ein Level? Was soll dat? Ist dat... Ist dat ein Witz? Munge meint, okay, ich lerne es so wie immer. Ich lese es mir einfach kurz vor der Stunde nochmal durch und hoff auf ne 3. Ah, welcome to my life. She got me like. Okay, da unten ist auf jeden Fall ein safe spot vor diesem Dingens. Und jetzt geht es darum, Zeit 1 zu sammeln. Oh mein Gott. Oh mein... Verdammter Gott. Jawohl. That's nice. That's really nice. Pssst. Du mit deinem Laser kannst mir gar nichts, ey. Ich bin so lame. Hui. Ich trickst dich einfach aus. Like a forging boss. Oh oh. Jetzt kommt der tricky shot. Und noch ein epischer Sprung und... Did it. Gott, wie lange der braucht wird, um mich zu erschießen. Nice one. Ne. Lol. Really? What? What? What is this? What is this? What? She got me like. Dudududu. Dududu. What the? What the? I'm calling bullshit. Boah, echt jetzt, ey. Ganz arg uncool, ey. Ganz arg uncool. Das geht gar nicht. Das ist eine Lüge. Okay. Okay. Das ist klar. I got it, I got it. Einfach nur sinnlos so lang probieren, bis man es schafft, ey. Wie viele Level habe ich denn noch? Hat irgendwer mitgezählt? Jetzt können es dann nicht mehr viele sein. Hui! Heppa! Ich trick's euch aus! Oh Mann! Warum sag ich solche Sachen überhaupt erst, ey? Ich trick's euch aus! Toll, Folas! Und wie du sie austrickst! Einfach mal sterben, beste Austricksung! Oh Gott! Austricksung? The fuck? The fuck ist ein Austricksung? This is how you austrick's things. Ah! Oh! Oh nee! Oh, er screw'd up! Warum geh ich denn auf die Seite? Oh, ich tippe! Ich bin ein Idiot und ich weiß es auch! Ist das nicht toll? Oh shit! Oh! Oh shit! Oh shit! Oh, komm ey! Warum kann ich denn diesen Jump immer nicht? Das liegt an der neuen Tastatur! Ah! Ich hatt früher ne andere! Blame the keyboard! Ah! Idiot, Idiot! Ah! Da fehlen einem manchmal die Worte, um sich selber zu beschreiben, ohne Spaß! So richtige Facepalm-Momente! Ist klar! Normal! Noch ein bisschen Zeit mitnehmen hier! Uh! Uh! Nein! Das hab ich nicht kaum sehen! Ah! Gott! Dammit! Ah! Oh! Ich mach das jetzt anders! Fick dich doch! Immer dieser Stress mit dem einen Ding da! Nee, nee! Nix mehr! Fuck you! Once and forever! Fuck you! So bad! Nein! Deine Mutter kackt dir ins Gesicht! Ah! Kleiner Wicht! Dead rhyme, though! Oh Gott! Nein! Nein! Berühr mich nicht! Ich bin ginselig! Oh Gott! Warum sag ich eigentlich immer so random Dinge? Versteht jemand mein Gehirn? Oh Gott! Jawohl! Oh! YouTube! Zebra! Zebra-Kuh! Ach! Komm, wir gehen gleich mal abkratzen! Das war schon ein schlechter Start! Ja! Nein! Nicht das machen! Tu! You piece of shit! Ich schöre bei meine Mutter ihren Geist! Oh Gott! Herrgott! Ich geh... Oh, jetzt hab ich's eh schon verkackt! Toll gemacht! Super duper froh, lass! Echt! Ich bin so stolz! Try again! Oh nein! Oh, da brauche ich einfach länger! Das gibt's doch nicht! Ah! Ist klar! Geht! In Ordnung! Oh, gar kein Ding! Oh ja! Oh nein! In meinem Zimmer wird's langsam warm! Oder mir wird einfach warm! Ich weiß es nicht! Keinen Dunst! Und... Wieso schaffe ich diese Sprünge nicht? Ich bin so ein Depp! Fuck my fucking la... Iiiiiv! Da! So, wenn's immer laufen würde! Ja, genau diese Sprünge! Die müssen immer kommen! Oh, warum geht das denn nicht einfach immer so? Warum denn nicht gleich so? Oh mein Gott! What you're doing? Oh nein! Ich muss auf die andere Seite! Ich merk's gerade! Holy Mother of God! Adidi! Adidi! Wenn ich mich jetzt nicht umbringen lasse vom kleinen Furz! Yeah! Hi, Mezzo! Grüß dich! Oh mein Gott! Oh, es ist noch ein Level! Aber das ist jetzt das letzte, oder? Gott im Himmel! What is this thing? Das ist ja wohl der Witz! Wow! Toll! Toll! Klasse! Oh, what? How? How? How immer supposed to do this? Oder soll ich das so machen? Vielleicht? Ja, ich hab's! Ich hab's gar nicht probiert! Mezzo hat sich die Finger gebrochen? Übrigens, Yassi, du würdest jeden Fail von mir feiern! Mal davon abgesehen! Egal! Vor allem, wenn ich in letzter Minute... Ach Gott! Bis ich den Trick jetzt hier wieder raus hab, ey, von dem Level! Oh mein Gott! Du häsliges Auge! Lass mich in Ruhe! Oh ja! Okay! Inspiziere, inspiziere, analysiere! Und dann einfach random was machen! Tolle Idee, Fowler! Toll! Echt! Klasse! Ach, ganz schlau! Ganz schlau gemacht! Was muss ich denn machen? Ich muss hier das aktivieren, das aktivieren, das aktivieren! Dann ist die Tür, die Tür und die Tür offen! Eventuell noch die hier mit einkassieren! Das heißt, ich geh hier am besten runter! Hüpf dann wieder hoch! Da durch! Da rein! Wieder hoch! Zack, 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 zack! Hüpf dann da noch rein! Zack, alles ein! Und dann kann ich in Ruhe runter! Sounds like a plan, no? Ach, ja, ja... Das ist alles machbar! Ha! Sorry, aber ich muss da immer so reagieren, so impulsiv! Und jetzt wird das nochmal hier probiert. Zack, zack! Nein! Nicht auf die Schläge! Roten Tipp! Fuck mal live! Mann, das kann ja jetzt dauern! Jebus! Halt! Nicht so! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein, das Böse auch! Das Böse auch! Es kommt und will mich! Okay. Alles im Grünen. Im Grünen. Bestens. Alles cool, alles gut. Es ist okay, es ist okay! Ich bin so viel besser ohne dich! Oh Gott, echt. Nein! Nein! Nein, das sehe ich Ihnen, nicht ein. Nein! Die Böse in blauen Augen, wenn die nicht wären. Oh Jesus! Jesus, es ist ein Feuer! Okay. Okay. I believe in this shit. And I did quite well. Yeah, yeah. That's the right, that's the right thing. That's what I wanted to. Oh, oh. Oh, oh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh yes. Oh yes. Oh what the? How did I just do it? Oh, oh. Okay, okay. Okay, not that easy. Not that easy. But I can do it. I can do this. I can do this, no problem. Oh shit! Oh shit! Totally! Fuck! Ah. Mezzo wundert dich nicht, dass Munge dich getötet hat. Kein Wunder, du hast ja alle drei Tage einen neuen... Na, fucking hell! Da wüsste ich auch nicht mehr, wie du heißt. Wenn ich da Alpha lese, würde ich einfach drauf losmetzen. Kann sie doch nichts für, dass du Alpha Mezzo heißt. Nein! Oh man! Oh yes. Oh yes. Let's do it. Do it like a swiggy. Do it like a dude. Na 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 na. Holy my god, holy, I am gonna die. But I'm really careful and I might make it today. Ah. Although this is quite close, I'm gonna do it anyway. Ah. 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 This makes me quite mad. Ah. 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 Wow. Jetzt sogar die Nationalhymne. Was ist da los? Holy mother of God! No! 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 Shit. Well fuck. Ah. Komm schon. Zusammen schaffen wir's, packen wir das an. La 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 la. La 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 la. Come on. You can do it. I believe in you little... Mensch! Metze, was hast du mit deinen Fingern gemacht? Warum sind die gebrochen? Möchtest du uns erzählen von deiner heutigen Story? Vielleicht hast du sie auch schon in der Twitter-Gruppe geschrieben und ich hab's nicht mitgekriegt. Bitte. Don't blame me, dann. Oh Gott! Oh Gott! We're doing our duties! We're doing our duties! Ich war ja schon so knapp dran! Mmmmmmmm THE FREE generally was the to this love